Im Monat erleben wir, meine Damen und Herren, einen tiefen wirtschaftlichen Einbruch. Es geht um die schwerste Wirtschaftskrise in unserer Generation. Und das setzt auch den deutschen Arbeitsmarkt unter Druck. Das hat sich auch im Juni nicht verändert. Dennoch können wir feststellen, der Druck ist etwas geringer geworden. Die Arbeitslosigkeit hat zwar auch im vergangenen Monat zugenommen, doch mit ungefähr 40.000 fiel der Anstieg deutlich geringer aus als in den Vormonaten. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,1 Prozent auf nunmehr 6,2 Prozent. Zum Vergleich, um die Dynamik des Anstiegs vergleichen zu können, von März auf April gab es in einem Monat 300.000 Arbeitslose mehr. Damals stieg die Arbeitslosenquote von 5,1 auf 5,8 Prozent. Der Lockdown hat den Arbeitsmarkt damals hart getroffen. Und für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ist das nach wie vor eine bittere Situation. Dennoch, wenn wir uns international umschauen, können wir jetzt bisher sagen, ist Deutschland bisher in dieser schweren Wirtschaftskrise mit einem blauen Auge davon gekommen. Zum Vergleich, in den USA sind seit März 47 Millionen Menschen ihren Job losgeworden oder verloren. Dass das besser gelingt in Deutschland, liegt vor allen Dingen an einem Instrument. Wir haben es der Kurzarbeit zu verdanken. Die Kurzarbeit ist unser wichtigstes Schwert im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie. Im April waren 6,8 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Ein absoluter Rekordwert, wie die Zahlen für Mai und Juni genau aussehen, werden wir in der statistischen Erfassung später sehen. Ich will trotzdem darauf hinweisen, dass, auch wenn die Arbeitslosenquote jetzt in der Relation in diesem Monat nicht so stark gestiegen ist, wie es angesichts der wirtschaftlichen Folgen zu befürchten war, wir bei Weitem noch nicht durch sind. Wir werden, und das ist meine Einschätzung, noch einen relativ harten Herbst auch am Arbeitsmarkt erleben. Umso wichtiger ist es, dass wir die Wirtschaft wieder in den Gang bringen. Und dass die ergriffenen Maßnahmen vor allen Dingen das Konjunktur- und Modernisierungspaket greift. Mit der Kurzarbeit und den Unternehmenshilfen haben wir verhindert, dass aus dem Lockdown ein Breakdown geworden ist in der ersten akuten Phase. Jetzt geht es darum, mit den ergriffenen Maßnahmen tatsächlich die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen. Das betrifft vor allen Dingen Investitionen und Kaufkraft. Es ist wichtig, jetzt nicht in die Krise reinzusparen, sondern zu investieren, privatwirtschaftlich und durch öffentliche Investitionen. Es ist richtig, die Kaufkraft zu stärken, mit dem Kinderbonus beispielsweise oder auch mit der Mehrwertsteuersenkung. Es ist gleichzeitig notwendig, dass wir in die Modernisierung unseres Landes investieren, in Bildung, in Forschung und Infrastruktur, dass wir die Kommunen handlungsfähig halten und dass wir Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern. Unser Ziel ist, dass wir die Wirtschaft beleben, aber dass wir unser Land auch sozialer, digitaler und ökologischer gestalten, sodass wir nach der Krise stärker sind als davor. Schon heute, am 1. Juli, treten wichtige Maßnahmen des Konjunkturpakets in Kraft, zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer. Sie helfen, Kaufkraft zu sichern. Sie entlasten vor allen Dingen Menschen mit unteren und mittleren Einkommen. Und auch wenn nicht in jedem Einzelfall die Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird, in vielen Bereichen wird das so sein. Und das hilft auch, die Wirtschaft in Gang zu bringen und Arbeitsplätze zu sichern. Ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt und was sich angesichts der Tatsache, dass bald das Ausbildungsjahr beginnt, auch unterstreichen will, sind die getroffenen Maßnahmen, um die betrieblichen Ausbildungsplätze zu sichern. Meine Damen und Herren, es darf kein Corona-Jahrgang entstehen. Es darf nicht so sein, dass Corona dazu führt, dass junge Menschen beim Start ins Berufsleben erleben, dass sie Bleigewichte am Bein haben. Und wir wissen alle, die Azubis von heute sind auch die Fachkräfte von morgen. Und deshalb ist es notwendig, auszubilden, trotz oder gerade in dieser Krise. Wir unterstützen das als Bundesregierung mit den Ausbildungsprämien, die wir auf den Weg gebracht haben. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, wenn sie ihre Ausbildungsquote aus den Vorjahren halten, mit 2.000 Euro Ausbildungsprämie pro Ausbildungsplatz, wenn sie zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, mit 3.000 Euro.